Am 31. Oktober 2006 starben 130 Menschen bei einem Flugzeug am Sturz. Ich war der Letzte, der mit dem Piloten gesprochen hat. Wusstest du das? Ich habe schon mal gelebt. Ich war der Pilot vom Flugzeug 2005. An was erinnerst du dich? Du erinnerst dich also an deinen eigenen Tod? Nein. Wie fühlt es sich an zu sterben, Jakob? Wenn du mit diesem Flugzeug fliegst, dann sehen wir uns nie wieder. Ich weiß nicht, ob dir außer mir nur der Pilot wissen kann. Du bist ein verdammter Lügner. Ein verdammter Lügner! Ich werde jemanden verlieren. Ich muss wissen, ob ich die Person wieder sehe. Ich bin am nächsten Lesen. Was ist mit meinem Sohn? Glaubst du an dein nächstes Leben? Ich würde gehen. Warum? Ich würde mich nicht mehr allein fühlen.